Was war die Kronkorken? Die Kronkorken wandte sich an die stellvertretende Vorsitzende des Ministerrates der DDR, Margarete Witkowski, und diese teilte das Problem Erich Mielke, dem Minister für Staatssicherheit, mit. Der Betrieb in Sachsen, der diese Kronkorken herstellte, hatte nämlich ursprünglich mal zu einem westdeutschen Betrieb gehört und Witkowski vermutete nun, dass alte Seilschaften im Spiel waren, die vielleicht dazu führten, dass die Kronkorken fehlerhaft hergestellt wurden. Die Stasi nahm sich dann dieser Problematik an und in den folgenden Monaten ermittelte zunächst die Kreisdienststelle in Schwarzenberg zu dem Fall. Der Direktor des Betriebes wurde operativ bearbeitet. Man untersuchte, was war das für ein Mensch, welchen Hintergrund hatte er. Schließlich kam man aber doch zu dem Schluss, dass keine Sabotage im Spiel gewesen sei, so jedenfalls die Kreisdienststelle. Die Stasi ermittelte aber weiter in dem Fall und sogar die HVA, also der Auslandsgeheimdienst der Stasi, wurde mit dem Fall betraut. Unter anderem kontaktierte die HVA einen Experten, der auch die westdeutsche Kronkorkenproduktion kannte. Dieser berichtete der Stasi, dass im Westen mittlerweile schon ganz andere Verfahren eingesetzt würden. Man sollte doch einen klugen Ingenieur auch in den sächsischen Betrieb schicken, der dort die Produktion der Kronkorken modernisieren könnte. Die Stasi interessierte sich für derartige Fragen, weil sie ein Mittel waren, um die Herrschaftssicherung in der DDR zu gewährleisten. Denn viele Menschen murrten über ungenügende Produktion, über schlechte Qualität der Produkte, die es zu kaufen gab. Und deswegen war das ein Thema für die Stasi. Man wollte eben halbwegs zufriedene Menschen in der DDR haben, die dann auch keinen Anlass hatten, wegen solcher Fragen der Konsumgüterproduktion etwa auf die Straße zu gehen. Und deswegen war das ein Thema für die Stasi. Und deswegen war das ein Thema für die Stasi. Vielen Dank!